Alten Gong Calvista Silva, kurz Alten, ist ein ehemaliger brasilianischer Fußballspieler. Mit Werder Bremen wurde der antrittsschnelle Mittelstürmer 2004, deutscher Meister, Pokalsieger und Torschützenkönig der Bundesliga. Im selben Jahr wurde er zudem als erster Ausländer zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt. In der Bundesliga spielte er auch für den FC Schalke 04, den Hamburger SV und den MSV Duisburg. Er erzielte in seiner Karriere insgesamt 106 Bundesliga-Tore und ist damit der dritte von bislang insgesamt fünf ausländischen Spielern, die mehr als 100 Tore in der Bundesliga erzielten. International war der in Deutschland auch Toni und Kugel Blitz genannte Brasilianer neben seiner Heimat auch in Mexiko, der Türkei, Serbien, der Schweiz, der Ukraine, Österreich und China als Spieler tätig. Insgesamt kam er in einem Zeitraum von 20 Jahren für 21 Vereine zum Einsatz. Seine Laufbahn ließ er ab 2009 bei unterklassigen Vereinen in Deutschland ausklingen. Spielerkarriere Altens Karriere begann in Rio Grande do Sul beim Üpiranga FC aus Errechim. Nach einem kurzen Ausflug zum Mogimirim EC im Staatsau Paulo kehrte er zum Üpiranga FC zurück. Mit dem er 1995 Sechster in der Staatsmeisterschaft und mit 16 Treffern zugleich Torschützenkönig des Wettbewerbs wurde. Danach war er kurz beim Hauptstadtclub SC International in Porto Alegre, beim Santa CRUZ FC im nordostbrasilianischen Rezif und beim Guarani FC in Campinas, Sao Paulo beschäftigt. 1997 zog es ihn ins Ausland, als er von den UANL Tigres im mexikanischen San Nicolás de Los Gatsa angeheuert wurde. Im Oktober 1998 wechselte Alten zum SV Werder Bremen. Nach Anlaufschwierigkeiten unter Trainer Felix Magath und nur zwei Bundesliga-Toren in seiner Einstandssaison entwickelte er sich dort schrittweise. Zum Leistungsträger 1999, 2000. erzielte er zwölf Treffer, 2000, 01, 13, 2001, 02, 16, 2002, 03, ebenfalls 16, 2003, 04, wurde er mit 28 Toren Torschützenkönig der Bundesliga. In dieser Saison wurde er mit Werder Bremen deutscher Meister und gewann zum zweiten Mal nach 1999 den DFB-Pokal. Zu dessen Gewinn er ebenfalls als Torschützenkönig sechs Tore beisteuerte. Insgesamt erzielte er 88 Bundesliga-Tore, davon 15 durch Elfmeter, gab 30 Torvorlagen und erzielte elf Tore im Pokal für Werder. Er stellte mit 37 Punkten einen neuen zwischenzeitlichen Rekord in der seit der Saison 1995 96. geführten Scorerwertung auf. Zudem wurde er als erster ausländischer Spieler zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. FC Schalke 04 zur Saison 2004-05 wechselte er ablösefrei zum FC Schalke 04 nach Gelsenkirchen. Dort konnte er mit 14 Toren in 29 Bundesligaspielen erneut eine starke Torquote vorweisen und stieg mit insgesamt nun 102 Treffern zum dritterfolgreichsten ausländischen Bundesliga-Torschützen hinter Giovanni Elba und Stefan Zepuisat auf. Außerdem ist er Schalkes schnellster Bundesliga-Torschütze. Er traf am 30. Oktober 2004 beim 3-2-Sieg gegen den VfB Stuttgart nach 38 S. Aufgrund anhaltender Konflikte mit der Vereinsleitung des FC Schalke 04 stimmte diese einem vorzeitigen Vertragsende und einem Vereinswechsel gegen eine Ablösezahlung zu. Im Juli 2005 begann Eiltens Arbeitsverhältnis bei besiegter Schistanbul. Dabei erzielte er U.A. im Oktober in der Gruppenphase des UEFA-Pokal 2005 06 gegen die Boltenwanderers ein Tor. Im Dezember 2005 wurde Elton für die weiteren Spiele aus dem Kader gestrichen, nachdem er zuvor einen Fluchtversuch in Richtung Brasilien unternommen hatte, aber von besiegter Schmanager Mehmet Exi noch am Flughafen gestoppt werden konnte. Grund für die Flucht war, dass er nach einem Kreislaufkollaps nicht für die Startaufstellung berücksichtigt wurde. Weil er jedoch während der Winterpause keinen neuen Verein gefunden hatte, er wollte gerne wieder in die Bundesliga, kehrte er im Januar 2006 an. Den Bosporus zurück. Eine Woche vor Schluss der Wintertransferliste verpflichtete der Hamburger SV Elton im Januar 2006 für eine geschätzte Leihsumme von 450.000 Euro. Bis zum 30. Juni 2006. Bei den Hamburgern verdiente er 55.000 Euro netto. Dazu bekam er pro Bundesligaspiel weitere 10.000 Euro netto. Die Hamburger sicherten sich zudem die Option, Elton am 30. Juni 2006 für eine Summe von geschätzten 1,75 Millionen Euro zu kaufen. Der Verein entschied sich aber gegen die Option. Elton zog sich am 8. Februar 2006 im Spiel gegen Hannover 96 einen Unterkieferbruch zu, kehrte jedoch bald ins Mannschaftstraining zurück und erzielte insgesamt drei Treffer für den HSV. Elton war nach der Rückkehr zu besiegter Schistanbul weiterhin aus dem Kader verbannt, musste aber zweimal täglich ein Einzeltraining absolvieren. Sein angestrebter Verbleib in der Bundesliga kam nicht zustande, sodass er zu Beginn der Saison 2006-07 für sechs Monate in die serbische Liga zu Roter Stern Belgrad wechselte. Belgrad zahlte eine Ablösesumme von 300.000 Euro. In der Winterpause der Saison 2006-07 konnte Altenroter Stern Belgrad verlassen. Der Gresshopper-Club Zürich verpflichtete ihn auf Leihbasis bis zum Sommer 2007. Im ersten Spiel am 24. Februar 2007 gelang ihm gleich sein erstes Tor. Das spielentscheidende zum 1-0-Sieg für GC. Insgesamt erzielte er in 13 Spielen neun Tore. Zürich verzichtete jedoch auf die Kaufoption. Weltenbummler mit wechselnden Stationen in der Sommerpause 2007 wechselte Alten zum MSV Duisburg. Dafür wurden 100.000 Euro an Roter Stern Belgrad bei dem Alten formell unter Vertragsstand gezahlt. Sein einziges Bundesligator für den MSV, das 106. und letzte insgesamt. Er zielte er beim 1-3-Heimspiel gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen und zog dabei mit Stefan Zerpuisat als kurzzeitig zweiterfolgreichster ausländischer Torschütze. Gleich in der folgenden Saison wurde er von Claudio Pissarro von Werder Bremen überholt. Er wurde in der 65. Minute unter Standing Ovations der eigenen und sogar unter frenetischem Jubel und Sprechchören der gegnerischen Fans ausgewechselt. Wobei sich Alten nach seinem Tor bei den Werder-Fans entschuldigte. Am 4. Januar 2008 wurde er von Trainer Rudi Bommer suspendiert, weil er nicht zum rückrunden Trainingsbeginn erschienen war. Bereits am 25. Februar wurde der Vertrag aufgelöst. Als nächstes unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag bei der ukrainischen Erstligamannschaft von Metallur Donetsk. Am 12. April 2008 erzielte Alten dort beim 2-1-Sieg gegen Naftowik Ukrnav da Ochtajaka sein erstes Tor für den Verein. Nach nur zwei Ligaspielen wollte Alten Donetsk jedoch schon wieder verlassen, worum auch bald gestritten wurde. Donetsk verlangte eine Ablöse, sollte Alten den Vertrag vorzeitig auflösen, Alten dagegen meinte. Dass Donetsk Vertragsinhalte nicht eingehalten habe. Letztlich einigte man sich darauf, dass Alten auf Leihbasis einen neuen Verein suchen, Donetsk aber die Transferrechte behalten dürfe. Am 25. August 2008 unterschrieb Alten einen Vertrag bis 2009 in der österreichischen Bundesliga beim Cashpoint SC Rheindorf-Altach, der den Spieler von Donetsk auslieh. Nach anfänglichen Turbulenzen bei einem Interview sagte er, Alltag sei keine Profimannschaft, erzielte er am 5. Oktober bei einem 3-1-Auswärts-Sieg gegen Laske Linz das erste Tor für sein neues Team. Im Januar 2009 stieg er aus seinem Vertrag bei Alltag aus und kehrte auch nicht mehr zu seinem Stammverein nach Donetsk zurück. Zu diesem Zeitpunkt war Alten aber nach eigenen Aussagen klar, dass er seine Karriere noch nicht beenden wolle. Im März 2009 nahm der brasilianische Zweitligist Campinense Club Alten unter Vertrag. Der Vertrag lief bis Ende November 2009, wurde aber im Juli 2009 wieder aufgelöst. Im Sommer 2009 wechselte Alten zu Chongqing Liefern in die chinesische Superliga. Dieser Verein war in den vergangenen fünf Jahren bereits seine zehnte und insgesamt seine siebzehnte Station. Damit spielte Alten exklusive seiner Heimatnation in acht verschiedenen Ländern Profifußball. Ende Oktober 2009 endete hier sein Engagement. Im Dezember 2009 wechselte Alten zum Niederrheinligisten KFC Uerdingen 05, was von einigen zunächst als PRG abgetan wurde. Dort erhielt er einen Vertrag bis 2011. Am 24. Februar 2010 debütierte er beim Ligaspiel gegen die zweite Mannschaft des Wuppertaler SV Borussia. Als er nach 62 Minuten eingewechselt wurde, allerdings torlos blieb. Bei seinem achten Einsatz gegen den VfB Homberg schoss er sein erstes Tor. In der Sommerpause 2010 kehrte Alten zur Saison 2010-Elfte nach Bremen zurück, um für den dortigen Regionalligisten FC Oberneuland zu spielen. Dort wurde er von Merck Barton trainiert, der zu seiner Werder-Zeit noch ein Mannschaftskollege gewesen war. Das erste Pflichtspiel für seinen neuen Verein absolvierte Alten am 14. August 2010 in der erste Runde des DFB-Pokals. Er wurde in der 61. Minute eingewechselt, konnte die knappe 0-1-Niederlage gegen den Bundesligisten SC Freiburg jedoch nicht mehr verhindern. In seinem zweiten Ligaspiel am 27. August 2010 erzielte er bei der 2-3-Niederlage gegen Holstein Kiel den ersten Saisontreffer. Ende Januar 2011 trennten sich die Wege von Alten und dem FC Oberneuland wieder. Zuvor hatte Alten den Trainingsauftakt für die Rückrunde verpasst und erschien erst kurz vor Beginn der Rückrunde in Bremen. Als Grund für die Trennung gab Alten an, dass er Heimweh nach Brasilien habe. Dementsprechend kehrte er im Februar 2011 nach Brasilien zurück und unterschrieb beim in der Staatsmeisterschaft vom Sao Paulo vertretenen Verein Rio Branco Esporte Club. Finanziell sah Alten einer ungewissen Zukunft entgegen, weil er mit den Einnahmen während seiner Karriere nicht auskam. Im Juli 2012 absolvierte Alten den medizinischen Check beim sechstklassigen rhein-hessischen Verbandsligisten Hassjabingen und unterschrieb am 26. Juli 2012 ein Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung. In seinem ersten Spiel für die Hassja am 11. August 2012 wurde er in der 68. Minute eingewechselt und erzielte beide Treffer zum 2 zu 0 in Stand gegen Die SPVG Gengelheim. Trotz seiner bis Saisonende erzielten 13 Tore konnte er den Abstieg in die Landesliga nicht verhindern. Dennoch verlängerte er seinen Vertrag bei Hassjabingen um ein weiteres Jahr. Es war das erste Mal seit seinem Abschied von Werder Bremen 2004, dass er einem Verein über eine Spielzeit hinaus treu blieb. Alten beendete seine Laufbahn zum Jahresende 2013. Der SV Werder Bremen veranstaltete am 6. September 2014 im Weserstadion ein Abschiedsspiel. Gegen eine Auswahl an Spielern aus der Meistermannschaft 2004 trat eine von Alten zusammengestellte Südamerika-Auswahl. Ergänzt um weitere Weggefährten aus seiner Karriere an. Das Spiel endete 8 zu 4 für die dubbe Siegermannschaft. Alten konnte bei seinem letzten Spiel drei Tore erzielen. Erfolge Werder Bremen deutscher Meister Deutscher Pokalsieger Deutscher Pokalfinalist DFL-Liga-Pokalfinalist 1999 FC Schalke 04 UEFA Intertoto Cup Gewinner Deutscher Vizemeister DFB-Pokalfinalist 2005 Besiegt Asch Istanbul Türkischer Pokalsieger 20.062. Roter Stern Belgrad Serbischer Meister 20.071. Torschützenkönig Bundesliga 2004 DFB-Pokal 2004 Staatsmeisterschaft von Rio Grande do SUL 1995 Ehrung in Deutschlands Fußballer des Jahres Fußballer des Monats Effizientester Fußballer 2001-2004 Sonstiges Aufgrund seiner Leistungen bei Werder Bremen wurde er 2004 als erster Ausländer zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Nach Stefan Zepu Isat und Giovanni Elba erzielte Alten als dritter ausländischer Spieler mehr als 100 Tore in der Bundesliga. Alten hat den Ruf eines Enfants Terribles. Dennoch galt er vor allem in seiner Bremer Zeit als Publikumsliebling. Diesen Beliebtheitsgrad erreichte er später in Schalke trotz einer durchaus ansehnlichen Torausbeute nicht mehr. Außerdem wurde Alten dafür kritisiert, dass er bei Toren seiner Mannschaftskollegen keine Freude zeigte, was ihm zusätzlich den Ruf eines Egoisten, der weniger für die Mannschaft als für den persönlichen Erfolg spielt, einbrachte. Da Alten keine Chance sah, in die brasilianische Nationalmannschaft berufen zu werden, spielte er vorübergehend mit dem Gedanken, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Auch eine Einbürgerung in Katar stand zur Debatte, nachdem der damalige deutsche Teamchef Rudi Völler keinen Bedarf gesehen hatte. Das FIFA-Dringlichkeitskomitee legte aber 2004 fest, dass Spieler, die eine neue Staatsbürgerschaft annehmen, keine Spielberechtigung für die Nationalmannschaften dieses Verbandes erhalten, wenn es keinen Bezug zu diesem Land, beispielsweise durch dort geborene Eltern oder Großeltern, gibt. Im März 2007 versteigerte Eiltens ehemaliger Spielervermittler Werner Hellnerkes Trophäen und andere persönliche Gegenstände des Brasilianers beim Internet-Auktionshaus Ebay. Unter anderem wurde die Torjägerkanone, die Eilten 2003-04 verliehen, wurde angeboten. Grund für die Versteigerung waren Hellnerkes Auskunft zufolge Schulden Eiltens bei seinem Berater. Am 9. März 2007, 80 Minuten vor Ablauf, löschte Ebay die Auktion bei einem Gebot von über 600.000 Euro. Grund dafür war eine einstweilige Verfügung, die durch Eilten erwirkt wurde. Anschließend stellte Eilten die Trophäe bis zu seinem Karriereende dem Werder-Museum für die Ausstellung zur Verfügung. Privates Eilten ist seit 2004 mit seiner Frau Rosalie verheiratet. Er hat mit ihr drei Töchter und einen Sohn und lebt mit seiner Familie in Monterrey, Mexiko, der Heimat seiner Frau. Ein fünftes Kind lebt in Brasilien. In Brasilien hat Eilten eine Pferderange und ist an einer Baufirma beteiligt. Medien Eilten war vom 13. bis 25. Januar 2012 als Kandidat in der sechsten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Zu sehen. Anschließend brachte er die Single-Sensation auf den Markt. Außerdem war er zu Gast bei Kaya Jana in der Kaya-Show und bei Stefan Raabs TV Total sowie bei den Autoball-WMS 2010 und 2014 und der VOG-WM 2012. Im Rahmen einer Reihe von Sondersendungen des Fernsehformats-Ups. Die Pannenshow, in der prominente Gastmoderatorin zum Einsatz kamen, moderierte Eilten am 12. April 2012 eine Ausgabe dieser Sendung. Unter dem Namen Kugelblitz wurde ein Energy-Drink mit seinem Konterfei herausgebracht. Zur Fußball-WM 2014 in Brasilien bekam Eilten ein Engagement als Werbefigur von Netto-Marken-Discount, das sich als inoffizieller WM-Shop bewarb. Auch war er in Werbung für die Geflüge Bratwurst Brutzler von Wiesenhof zu sehen.